das ist der steuer okay jetzt kriege ich angst ja mein okay 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 ich drücke gleichzeitig mit Gegnerischen Angriffen B um eine perfekte Deckung auszufinden und den Schaden zu senken äh also noch steht cool check this now come on now crash oh yeah yeah check this out come on now I got this cool check this out come on now hey hooligans weggeklatscht haha glaubst du auch bloß du und so und jetzt deine Silvestersteuer bitte her 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 hat her her mal den Stößel holen. Ja, den Stößel bitte. Wer ist mitgebracht, soll er wasenstert. Echt? Ich bin nicht weg. Also musst du diese unsere Familie entspannen. Und eine Familie mit einer Kugel-Puß,很 Also ein Gopher ist, das einfach besser wäre. Aber das wäre doch besser als auch, wie du dann bist. Du bist ein Idiot. Ich gebe dir einen Pozze an Arakawa und ich nicht abandöche sie. Ha! Bist du nicht eine Beziehung? Hey, habe ich gehört etwas ganz schönes von dir. Du bist ihr Baby-Sitting Arakawa? Ha! Ichi den Henni! Hey, schau, der Junge Master ist das gleiche wie ich. Er ist nicht ein Kind. Junge Master? Was ist das, 18. Jahrhundert? Besonders, ich bin nicht Baby-Sitting ihn. Ich bin seine Beobachter. Er hat in einem Schrauch seitdem er war ein Kind. Oh, also braucht er einen großen, starken Yakuza an seiner Seite. Every time er will er etwas freshes Haar? Ah, Arakawa ist leichter in seiner alten Zeit. Überrasch, überrasch, überrasch. Hey, versuche ich zu sagen über Arakawa zu sagen und sehen, was passiert. Hey, Aniki! Hey, hast du die Hochschulern ihre Geld zurückgebracht? Ja, ich habe nie gesehen, als Kinder glücklich zu sehen, wie ein Yakuza gesehen haben. Alles funktioniert. Siehst du? Sie sind nicht so schlecht. Mann, es gibt keine Grund, um zu glücklich zu sein. Wenn wir nicht großartig auf unser nächstes Job, der Kapitän wird uns töten! Ich weiß das. Was ist unser nächstes Job, in der Fall? Es ist ein Verzicht. Unsere Mark hat 500,000 Euro aus einem Schrauch von einem Schrauch, und er hat noch nie bezahlt. Und wahrscheinlich, er ist immun zu den Yakuza anstrengungen. Wir denken, dass wir ihn ein Schrauch haben, also wir haben den Schrauch. Na gut, wir gehen, Mann. Die Dignität der Arakawa ist mit uns. Ich hoffe, das ist nicht wahr. Okay. Okay. Ich weiß nicht, was ich nicht. Aber ich glaube, ich weiß nicht nicht. Ich habe ihn dort mit uns, es ist. Oh. Oh. Chlor. Oh. Oh. Du kennst sie? Verste es. Los geht's. Hallo, Hirotsuka-san! Wir haben einen kleinen Freude, nicht wahr? Wir haben eine Schmuck während du deinem Scheiß verhaut, immer ein viel Geld verdient. Aber du denkst, dass wir dich nicht zu einem Pulp haben? Diese andere Familie ging leicht auf dich, aber wir nicht. Die Arakawa-Familie nicht so gut ist! Wenn du dich nicht verhaut hast, rausz deine Schmuck! Hey! Du denkst, dass ich das nicht mache? Ich kann nicht zurückgeben, was ich nicht zurückgeben kann. Das ist alles zu tun. Ich sehe, dass du immer nur auf deinem Scheiß, oh, großartige Hirotsuka. Wie kennst du diesen Namen? Wer bist du denn? Oh, du weißt nicht, Freund? Wir mussten kämpfen, als wir Kinder waren. Ja, du denkst, dass es so cool ist, dass andere Kinder zu schmuckern. Wenn du so großartig bist, dass du so großartig bist. Oh, ich erinnere mich. Du bist Soapy Ichi. Und wenn dieser Mann ist dein Freund, das muss ich sagen. Haha, du bist in der Yakuza, Shaka. Und ich hörte, dass du mit dem JSDF bist, um zu flunkern und zurückkommen zu kommen. Das Leben ist eine B****, hm? Ja, das ist. Also, mit dem anderen. Das ist das, was du, Freund. Wir müssen uns hier mit dem, weil wir Yakuza. Wir sehen, die Yakuza sind notwendig. Und meine Gelegen sind, um deine Wälder zu holen. Also, schau es dir. Ich habe dich gesagt, ich habe nicht mehr Geld. Komm, Great-San. Das ist einfach. All ich brauche ist deine Wälder. Ich will nicht mit dir zu werden, dass du mit dir verstehst. Ja? Ha. Du sagst, dass sogar ein junger Mann ist Angst von meinen Powerbomb? Ja. Ich sage, ich will nicht sehen, dass der stärkste Mann in der Zwischen Schule tapen. Es wäre schade, wenn das war dein Wälder. Hm. Es klingt, dass Soapy Ichi wieder muss das Wälder zu essen. Du willst es so schlecht? Versuch es. Hier geht's. Tag-Match, Aniki. Nicht diese Zeit. Du bist der Referee. Ich sage, dass er nicht verwaffnet ist. Herr sagte, er ist bewaffnet. Noch Fragen, Kollege? Sie sind noch ziemlich stark, aber nicht stark genug. Es ist genug, sagen Sie an deine Wallet. Bitte, mach mich auf, wenn das ist, was dein Boss will. Aber nicht nehmen meine Geld. Na hier, er hat Geld. Diese Lohlife hat keine Intention für sie zurück. Hey, warte. Was machst du? Ariki? Was? Ich habe nur das Geld aus seiner Wallet. Sieht mehr als Geld zu mir. Okay, großartig. Wie gesagt, ich wollte nur deine Wallet. Oh? Oh. Okay. Okay, los geht's, Mitsu. Hey, Ariki! Oh, ein Ärm, Mann. What's up with you? Why did you take the money? Iratuka won't screw us. He'll pay it off. We just give him time. How you figure that? You think he's out here working his ass off, doing construction on New Year's Eve just for fun? Didn't you notice what he was smoking? It was just a nub, man. He obviously just picked it up off the ground. Why did he do that if he had so much cash? Because it's New Year's. He probably wanted to buy his mom a nice meal, so he got some cash out of the bank, you know? That doesn't mean it's okay to be late on his payments. Look, you know that old candy shop just past Showa Street? Uh, yeah, it closed last year, right? What about it? Your mom ran that shop. Really? It closed it because she got sick. Real sick. I went to see her in the hospital, and she was thin as a rail. But even so, she was happy, because her son was back in Kamurocho, taking care of her. So, that money here at Tsuka borrowed was... It was all for our hospital bills. Oh. But, dude, if we go back empty-handed, Captain Sawashiro's gonna kill us! We're not going back empty-handed. We were asked to snatch the dude's wallet. And look, that's exactly what we snatched. You know that's not what the captain meant. Hey, speak of the devil. For real? Hello, this is Ichiban. You're slow. I told you to pick up with the two rings. Sorry, Captain. Don't tell me you're still out there doing collections. Just finish up the last one, sir. I'm about to head back to the office. That'd be great. Except right now, you should be with the young master. Oh, yeah. Sorry. I'll be there as fast as I can. What good is that? He's still left the way for you. Why are you always slow as shit? I'm sorry, sir. Just move your ass. And don't take him anywhere dumb or dangerous. If anything happens to him under your watch, I'd have to kill you a thousand times. Yes, I know that, sir. So you gotta go play chaperone to the young master? Yeah. Damn it. I can't believe I forgot. Mitsu, take this back to the office for me. Oh, no. I'm not gonna be the one to hand this in to the captain. You just let me know when the young master lets you off your leash. I'll kill time until then. Oh. Oh. Oh, falsche Richtung. Oh. Oh. It's not. Oh. Oh. Kann ich jetzt hier rein auch einsteigen, ja.